Ich hab jetzt Neymar Junior. Einfach Neymar Junior. Oh, mit Mantel. Ja. Neymar Junior. Also, wollt ihr den auch haben? Neymar Junior. Dann geht jetzt sofort in die Aufträge, kriegt ein Kosmos, auch wenn ihr kein Dings habt. Steht hier was? Dann müsst ihr diese Sachen abschließen und dann kriegt er Sachen. Was hast du gemacht? Was hast du gerade gemacht? Ja, okay, ich will auch Druck machen. Ja, okay, ich muss drei Leute kämen, als wäre mein Junior. Okay, bin bereit. Und der ist doch schon dünn, deswegen ist das doch gut, wenn man den zockt. Also, ihr geht einfach in die Aufträger und dann geht ihr hier drauf und dann könnt ihr, unten steht dann, ihr müsst viermal oder ne, fünfmal diese Sachen machen. Bei Neymar Junior. Bei mir steht's nicht, weil ich schon abgeschlossen hab. Aber so hab ich ihn auch gekriegt. Ich schwöre es, Leute, ist kein Fake. Ich hab auch keinen zweiten Account. Ich schwöre es. Ich kann sagen, dass ich minimal heute warte. Fehl im Account. Und heute ist sogar Fatze Yasha mit dabei. Hi Yasha. Ja, Fils. Milliken. Ja, umschlitten. Ich war ganz gut zu Minecraft. Ja, bro streamer, Jena, nema Junior. Tomate. Ja, okay, abgesetzt, hier in die Stadt. ich kann ich auch steckt hier ab in die stadt und nehmen das viel schneller ich muss einmal ein tor schießen mit einer juni oder einmal ein also dreimal ein eliminieren eliminieren meine ich weiße fußballstadium da ist ja okay wie kannst du mich stellen er dann ein bisschen schützen wurde bald so schnell es ist hart nehmann jünger des taters bett man er liebt Die will ich halt euch hören und die Spitzsacke haben. Ja, schon. Aber ich brauche halt noch eine Waffe. Hast du eine Waffe? Ich fahre. Ich habe einfach einen Gegner mit Spitzsacke getötet. Er ist ein Knarrer und dann habe ich ihn. Warte ganz kurz. Ich tue mal ganz kurz. Ich mache mich. Ab hier runter. Ich brauche mal den... Wirklich sind alles schlecht. Ich bin jetzt der beste Mensch der Welt. Ich kriege meine Waffe. Das ist mein Lieblingswaffe. Soll ich einen Riesenauftritt machen oder nicht? Wo bist du? Wo hast du verlassen? Hallo, ich wollte dich schon retten. Wo weißt du das? Ja, okay. Ich mache dir das recht. Okay, äh, noch eine. Ist das kein Leistuin? Video? Warum? wer weißt du das was ist wenn es das nicht ist ich bin ja ein Anfänger heißt denn ich als ich beste bin leute allerdings wächst wir kriegen schon fünf Charaktere keine Sorge der ist jetzt haben wir mal Ruhe ich hab grad Sturmbescheid den nervt ganz weil ja wenn ihr mich nicht abonnieren habt abonniert mich nicht aber ich find's schon cool wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt ich würde euch heute zeigen wie ihr Nehmer Juno kriegt hab ich euch ja schon gesagt wie ein kostenlos gekriegt was ist ich schon wieder ein Sturmscheid ok und jetzt komm 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 Oh mein Gott. Nee, das ist nicht so einer. Ich bin so down. Du, äh, der Ministerwünsch, äh, Nehmer Junior. Ja, okay, selbst. Ehrenlos dieser Spieler. Ey, pass auf, zwei Leute sind da. Ey, woher hast du diese Rege, äh, woher hast du diese Flügel? Ja, schau. Leute, er kann nicht hier sprechen. Er macht dann, er macht dann noch Stimmen ab, K. Ja. Warte mal. Du, du hast mich doch nicht gerettet. Wir machen natürlich noch eine Runde, wartet nur ganz kurz. Wir machen jetzt die Flügel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020